Ne? Also da kommen... Kann der Module herstellen? Zwei Stück von jedem, ne? Produktions-Effizienz-Geschwindigkeit? Ich glaube, ich mach mal zwei davon. Weil ich weiß, auf jeden Fall die grünen... Hm. Wäre natürlich cooler, hätte ich da ne blaue. Wäre natürlich noch voll am durchcraften, ne? Die Maschinen krieg ich auf jeden Fall mit Dings voll. Greifarme fehlt. Ah, der kommt da nicht ran, ne? Scheiße. Der kommt da an die Greifarme gar nicht ran. Und vor allem, die werden nicht weiter produziert. Ach, da kommen ein paar. Das sind nur für Zwischenprodukte zu verwenden. Was? Brauchst nicht euer Ernst, ja. Ist nicht euer Ernst. Ah, scheinbar so. Die grünen Flaschen laufen nicht, weil sie keine Endprodukte bekommen. Ja, 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 ja. Wir kümmern uns drum. Ich hatte doch Haufen Leiterplatten da, ne? So. Dann kann der hier einen Ruf weiter produzieren. Was hab ich jetzt nicht produziert? Leiterplatten, ne? Ja. Ist das jetzt das höhere Produktionsmanagement? Muss das jetzt erst volllaufen? Ist das den Ernst? Oh, das kann nicht wahr sein. Was brauch ich denn dafür? Kupferkabel. Ich habe keine Kupferkabel mehr im Angebot. Okay, das angeblich an Kupferplatten. Könnte reichen, ja. Könnte nochmal gucken. Also, Fließbinden habe ich auf jeden Fall genug. Also, jetzt kommt auf jeden Fall wieder was nach. An grünen Flaschen. Reicht zwar noch nicht ganz so, aber ist erstmal okay. Was muss ich jetzt immer machen? Ich mach da oben jetzt erstmal die Hochöfen hin. Die Greifer bekommt die Kabel nicht schnell genug raus, deswegen verwende einen schnellen. Du meinst die hier, ne? Luftfahrt. Habe ich schon. Warte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du kannst die Öfen direkt auf die alten setzen, ohne sie abzureißen. Oh, das geht echt. Nice. Oh, die nehmen das Eisen auf jeden Fall schneller jetzt weg, als es produziert wird. Oh, das geht echt. Ah, das hat doch was Beruhigendes. Oder? Findet auch nicht, das hat irgendwie was. Oh, das geht echt. Oh, das geht echt. Oh, das geht. Oh, das geht. Oh, ich hab so viel hergestellt, aber es ist egal. Mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Die anderen produzieren gar nicht. Oh, Mann. Oh, was macht hier Kupfer drauf? Was macht denn da Kupfer auf der Leitung? Die bauten ja Kupfer ab. Du, wa? Du Schellen. Was macht der Kupfer drauf? das jetzt hier kupfer drauf ist es natürlich kacke hier da brauche ich überhaupt kein kupfer wenn du f drückst kannst du die sachen vom band nehmen ohne das band abzubauen ach stimmt ja habe ich vergessen kaufs aus btf das ist doch krass das hätte ich nicht erwartet muss ich ehrlich sagen das habe ich nicht erwartet aber die nehmen sich das grüne nicht raus weil ich nichts forschen muss große eisenbahn komm hervor schon eisenbahn logistik 2 es gibt schnelle fließbänder ich glaube es nicht was für einzelne erfindung und stimmt du bist ein held du bist mein held das war völlig unnötig was ich gerade gemacht habe du 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 so mensch das hätte ich nur ohne diesen radschlag gemacht ich wäre verloren so jetzt kommen wir aus dem kreislauf fahren ich habe nicht genug strom jetzt jetzt ist natürlich das kupfer drin. Und hier auch. Scheiße, ey. Einmal nicht aufgefasst, ne? Wie das jetzt mal in Fahrt kommt, ne? Boah, das ist ja morgen, das ist ja Weihnachten. Doch, jetzt. Jetzt geht läuft wieder alles. Oh, gut. Puh. Das könnte doch jetzt so klappen, ne? Ja, jetzt geht's bis nach hinten durch. Wunderbar. So mag ich das. So mag ich das. So mag ich das. Ich kann hier eher bauen, ne? Brauch ich ja grad eh nicht. Teilerband statt Greifarm. Du schlauer Fuchs. Ich denke da immer noch nicht dran. Ich weiß nicht, wenn die Greifarm mal irgendwie cooler. Letztes Teilerbändchen. Da ist schon wieder Kupfer drin, ey. Hammer. Was ist das? Staplergreifer. Stapelt das jetzt? Ich wollte aber die Eisenbahn jetzt erstmal machen. So. Ja wunderbar. Habt noch viel zu viel Stunden in dem Spiel versinkt. Tja. Gut. Die Verteilerdinger muss ich mir merken, ey. Die muss ich mir echt merken. Ich weiß nicht, ob ich... Wann hier mal noch mehr Licht oder sowas wie ein Krachen? Und dieses Ding jetzt im Kreislauf zu fahren, scheint gut zu laufen, ne? Was brauche ich denn dafür? Elektrische Schaltkreise. Für die elektrischen Dinge auch einfach. Kupfer. Ich brauche Kupferplatten. Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass ich irgendwann... Ja, das war es damit auf jeden Fall schon mal. Bremskraft. Trank... Tankwagen. Ah. Jetzt kann ich Einführung spielen, aber will ich jetzt gar nicht. Ich brauche meine Schrottkiste wieder. Und doch nicht. Das läuft doch ganz gut. So, ich brauche... Nehmen wir erst mal alles. Nehmen wir erst mal alles, was wir kriegen können, ne? Die Forschungsstraße sieht schon mal besser aus, als der Fehlschlag, den du einfach macht. Dankeschön. Hahaha. Ah, ja. Ah, ja. Ich brauche, ich brauche. Ich brauche wieder Kupfer. Nehmen wir uns einfach mal raus. Ach, der craftet ja mal ewig durch. Kacke, stimmt. Ah, der craftet ja mal ewig. Ach, Kacke. Na gut, dann kann ich ja schon mal damit anfangen. Kann ich nicht. Zumindest nicht, wenn der Strom da ist. Das ist doch um nur noch schon wieder durchgecraftet, oder? Also durch. Sieht doch immer schon mal gut aus. F nimmt da auf, wo der Charakter steht. Mit dem Auszeiger hat das nichts zu tun. Ah, okay, okay, okay. Hm, schade. Du hast mich mal einer Illusion beraubt. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Du hast mich mal einer Illusion beraubt. Halt, ich wollte einen schnellen... Ich hab doch da noch einen schnellen Greifer. Ich werde ihn nicht gesehen, ne? Hat er wieder nicht gesehen. Stimmt, die kann man einfach ersetzen. Das ist natürlich nice. Nein, ich möchte die Einführung nicht spülen. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das ist cool so. Ich muss jetzt eh noch auf die Dinger warten, denn... Ja, ich glaube, grün wird jetzt langsam knapp. Also grün wird auf jeden Fall nicht lange überleben. Ich muss mir dann was einfallen lassen. So, ich mach mich mal dann los. Ich bin schon müde. Wünsche euch noch viel Spaß beim Streamen. Und später eine gute Nacht. Yo, Sammy. Eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf schön und träume was Süßes. Ja, bloß blöd, dass man doch ein Band dazu muss. Das ist für die blauen, lila und... Ja, stimmt. Ah, das kriegen wir hin. Die Krimo schon dazu geleitet. Ähm. Bremskraftzüge können schneller abbremsen, was Ihnen erlaubt, länger eine hohe Geschwindigkeit beizubehalten. Ah, das braucht blau. Schaltungsnetz. Hier, das muss irgendwie schon warm werden. Also, das muss besser werden, auf jeden Fall. Also, das muss besser werden. Das muss schneller reingehen. Das muss schneller reingehen. Du brauchst eine Straße für grüne Zirkels. Ja, ja, merke ich schon. Setze ich mich auf jeden Fall gleich mal dran. Obwohl, vorher brauche ich die Dinger eigentlich noch nicht beziehen, oder? Jetzt haben die hier schon. Ach, kacke. Jetzt haben die da schon was gemacht. Ja, ich muss es immer so machen. Ich brauch da wirklich eine Straße für. Sonst wird das hier nichts. Da bräuchte ich Eisen. Oder läuft das jetzt schneller? Nicht unbedingt. Na, dann bereiten wir mal eine Straße vor. Wir machen zuerst mal eine Straße. Wo war aus Kupfer. Nee, das ist doof. Ich hab hier keinen Platz. Das ist doof, 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 doof. Aber ich kann die Kupferplatten, die hier sind, ja eigentlich gleich mit benutzen, ne? Na, dann geht's vielleicht doch. Das ist jetzt alles nur erstmal Kupferkabel. Warte mal, lass mich nochmal wegnehmen. Oh, ich stelle dich jetzt mal auf Kupferkabel. Oh, ich stelle dich jetzt mal auf Kupferkabel. Dann machen wir das. War das jetzt richtig? Ja. 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 Ich mach jetzt Solarenergie auf jeden Fall erstmal fertig. Die können erstmal ins Inventar. Das kann auch erstmal ins Inventar. Das brauch ich jetzt immer nicht. 2, 4, 6. Dann mach ich 3 davon. So. Ich kann ja Dings, die Eisenplatten eigentlich einfach durchleiten. So. Weg damit. So, ihr macht grüne Circuits. Zack. Machen sie, okay. Warte mal, dann kann ich doch die ganzen... Na, warte mal. Dann kann ich mir das nämlich sparen. Untertitelung. Das sieht doch so weit erstmal ganz gut aus. Lasertechnik könnte ich machen, Bergbau könnte ich auch machen, Stromnetz 2 kann ich nicht machen.